Hallo mit uns, Toni Hofbom. Uns freiznarrig, dass wir hier beim Kedlbach Express musikalisch mitwirken dürfen. Hier bei Musikanten treffen mit ein paar tolle Musikantenfreunde. Sehr grüßchen Dank für die Einladung! Und ich würde sagen, wir könnten uns ein ganz kurz vorstellen. Also wie gesagt, wir sind die Toni Hofbom, kommen aus dem tiefsten Bayerischen Walde. Kennt den Bayerischen Wald jemand hier? Ja, schau! Ist doch bekannt, gell? Also wie gesagt, zwischen Boden, Mais und Zwiesel, da liegt das kleine Brandnertal. Da sind wir drei her. Und wir haben auch zuhause ein kleines Hotelinformationen, liegen ja aus. Vielleicht seht man ja den einen oder anderen beim Wellnessurlaub bei uns zuhause im Toni Hof. Da hat uns ein narrisch gefreut. Aber jetzt möchten wir uns ganz persönlich vorstellen, auf der rechten Seite, mein kleiner Bruder, der Kleine, der Mann auf der steirischen Harmonika am Baritana. Was ist der wichtigste am Gesang? Und ich würde sagen, gräftigen Applaus für unseren Tobias! Tag Christian! Auf der linken Seite, unser Mann am Bass, am Keyboard und auf der Gitarre. Seit 35 Jahren mit dabei. Sozusagen ein Gründungsmitglied. Jawoll! Ich würde jetzt einen kräftigen Applaus für unseren Bruder! Und in unserer edlen Mitte, ebenfalls mein Bruder, einer vom schmaleren Wurf, wie man bei uns im Bayerischen war und sagt, zwischen euch zwei, da ist es nicht schwer, schmal rüber zu kommen. Da ist es nicht schwer. Er spielt die Glampfe, spricht die Gitarre und nebenbei noch den Heimatschutzkompressor, spricht das Akkord und ich würde sagen, einen gerechtigen Applaus für unseren Michael! Dankeschön! Oh, schon drei hier! Oh, schon drei hier! Oh, schon drei hier! Juchitsa! Pizza! 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 Would you love yourself a Fazbear? You want to stimulate?